Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf ihren Besuch und informieren sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Keramekollektion zur 950-Jahr-Feier Siegburg. Im Rahmen eines Pressetermins wurde die von dem Künstlerehepaar Hasenberg entworfene neue Kollektion präsentiert. Ines und Christoph Hasenberg haben zum Anlass der 950-Jahr-Feier der Stadt Siegburg zu der bestehenden wieder eine neue zeitgenössische Siegburger Keramik entworfen. Dabei handelt es sich um Gebrauchskeramik, wo die Silhouette der Stadt in Form einer Linie mit eingearbeitet wurde. Die von Hand gefertigten Unikate sind außerdem mit modernen grafischen Mustern bemalt. Keramikerin Ines Hasenberg erzählt, wie sie zu der Idee gekommen ist. Siegburg als alte Töpferstadt wollte ich mich eben auch einbringen mit dieser neuen Kollektion. Die andere Kollektion gibt es ja schon seit 1999 mit der schwarzen Silhouette und jetzt wollten wir eben noch zeitgemäßer, noch moderner diese neue oder weichere Silhouette in Form einer Linie aufbringen und das hat einfach Freude gemacht. Ich bin Keramikgestalterin und möchte eben auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Siegburg 950 ist ein besonderer Anlass, also auch ein schöner Anlass für eine neue Kollektion. Auch Bürgermeister Franz Huhn freut sich sehr über den künstlerischen Beitrag zur 950-Jahr-Feier der Stadt. Ines und Christoph Hasenberg, beides Keramiker, die eine Siegburg-Kollektion schon vor Jahren entwickelt haben, die jetzt nochmal auf den neuesten Stand und mit ganz neuen Perspektiven gemacht haben, zukunftsfest. Anlässlich der 950-Jahr-Feier, ja das hat etwas und ist ganz, ganz großartig und toll geworden. Ich lade alle ein, mal hier in der Kaiserstraße bei denen vorbeizugehen, sich die Kollektion anzugucken. Das sind tolle Weihnachtsgeschenken, das ist auch Gebrauchskeramik. Meine Frau und ich frühstücken jeden Morgen von der Hasenbergchen Keramik und die kann die Spülmaschine ganz gut vertragen, seit Jahren. Seit August 2013 wird die Galerie der Eheleute Hasenberg zusammen mit dem Atelier im Hause betrieben.